Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda A Link to the Past. Ich habe jetzt wieder mal eine Weile Pause gemacht zu der letzten Aufnahme. Deswegen kann es sein, dass ich jetzt etwas schlecht bin. Ja, erstmal werde ich mir ein neues Herzteil besorgen und die Frage ist, wo ist das? Okay, ich muss also nur gerade hoch fürs Erste. Zack. Okay, hier geht es nicht rüber, wie ich gerade sehe. Holy Shit. Ähm. Ja, müssen ich schneide das. So, ich bin gleich dort. So, ich bin da und sammle mich hier rüber, damit ich jetzt hier oben bin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier schon mal lang gelaufen bin. Kann das sein, aber... Kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Ähm. Das war ein Fehler. Und zwar muss ich hier hoch. Zack. Oh shit. Oh shit. Und kann hier reingehen. Denn wie man sieht, ist da oben ein Herzteil. Kann ich hier was machen? So. Okay, das kickt mich noch weg. Das ignoriere ich einfach mal. So, hier kann ich rüber. Ich spring mal hier rein. Okay, das bringt mir nix. Zack. Äh, zack. Jetzt brauche ich das Cape. Gut. Ähm, ich will mal wieder den Enterhaken aus, wenn ich den ganz cool finde. Yay. Au. Ich mag diesen Gegner nicht. Äh, jetzt gehe ich in den nächsten Dungeon. Zack. Der sollte hier irgendwo sein. Beziehungsweise das ist der dann schon so warm. Okay, hier geht's nicht lang wahrscheinlich. Es ist Pisasam. Okay, nein, das ist kein Pisasam. Zack. Junge, ich bin ja fast fast schon wieder Game Over. Egal. Oh, hier ist ein Herz. Kannst du sein, dass ich den falschen Eingang genommen habe? Ach, da kann ich drüber laufen. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel rein, aber... Warum gehe ich einfach mal da rein? Alter, bitte nicht. So, ich war kurz Game Over, weil ich zu gut bin. Ähm, hier kann ich drüber laufen anscheinend. Das habe ich vorhin schon mal nicht direkt gewusst. Das muss ich nicht rein, das ist sinnlos. Holy Shit. Zack. Äh, hier muss ich rein fürs Erste. So, nächster Versuch, ich bin wieder mal Game Over gegangen. Ja, ich weiß, ich bin nicht gut. Nein. Junge. Ich brauche mal ein Herz. Ich brauche mal ein Herz. Ist hier vielleicht eins? Ne. Natürlich nicht. Hört auf. Ach, ich hätte die nicht mal besiegen müssen, oder wie? Kann ich das abbrennen? Ach, hier. Was? Alter, nein. Danke. Nein. Ich kann es nicht abbrennen. Gut. Ähm. Bomben? Ne. Enterhaken. Ah, verstehe. Oh nein. Oh nein. Nein. Gut. Mach ich das Ganze gleich nochmal. Wobei, wenn ich hier rübergehe... Dürfen die Gegner nicht respawnen, das ist gut. Danke. So, den schiebe ich jetzt hier rüber. Nicht so weit. Warum schiebst du dich in den Stein? So, jetzt muss ich den hier hinziehen. Junge. Das war das knappeste, was mir jemals passiert ist. Was ist das denn? Ist das ein Gegner? Oh nein. Okay, gut. Das hat sich schnell erledigt. So, hier kann ich erstmal wieder rausgehen. Gibst du mir noch ein Herz bitte? Ja, ich mag dich auch nicht. Zack. Zack, zack und zack. So, jetzt komme ich hier hin. Genau. Genau hier hin. Was ist das, was ich erwartet habe? Geh weg. Ach, Junge. Sehr gut. Ist hier irgendwas schönes drin? Ach, die kann ich nicht zerschlagen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, jetzt kriege ich das. Dann schneide. Der magische Feuerstab, mit ihm kannst du rotes Feuer versprühen. Achte auf deine Magieanzeige. Ah. Also muss ich das. Ach so. Hallo. Das war nicht geplant. Ich will das Ding hier abschieben. Zack. Ich treffe sogar damit. Ähm. Kann ich da drüben rein? Nee, oder? Gut. Bzw. schlecht, aber... Whatever. Äh. Okay. Karte. So. Stimmt das jetzt, was ich mir erst gedacht habe? Anscheinend nicht. Alter Link, bitte. Ich probier's nochmal. Okay, funktioniert nicht. Muss ich jetzt noch was machen überhaupt, oder kann ich jetzt gehen? Ich wüsste nämlich nicht, was ich jetzt noch machen soll. Bitte tu mir ein Herz, tu mir ein Herz. Du hast du mir ein Herz? Nein. Eine Fee, alter. Perfekt. So, die Frage ist jetzt, muss ich hier noch was machen? Ich brauche erstmal einen Schlüssel, um da weiterzukommen. Also ich habe natürlich keine Ahnung, aber... so, jetzt kann ich ihn nach links gehen. Euch lasse ich in Ruhe, weil ich euch nicht leiden kann. Kann ich da hoch? Keine Ahnung. Ich geh einfach mal hier hinter. Okay. Ach, hier ist ein Schlüssel. Ah. Das erklärt alles. Naja. 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 So, ich jetzt hier nicht rüberkommen und woanders hingehen, oder wie ist das gemeint? Gut, das funktioniert nicht. Hätte ich mir fast denken können. Ja, wobei, hier will ich jetzt nicht hin. Oder ich weiß ja nicht, was ich machen muss. Gut, ich habe jetzt den Schlüssel. Das könnte bedeuten, dass ich wieder da rüber muss. Ich geh mal hier runter. Ähm. Zack. Ähm. Hier ist ein Herz auf jeden Fall. Da ist noch eine Schatztruhe. Mit einem weiteren Schlüssel. Nicht mit mir komische Hand. Ach, hier muss ich erst die Gegner besiegen wahrscheinlich. Ah, toll. Kann ich die anbrennen? Optimal. Gegner besiegen scheint nichts zu bringen. Hä? Geh auf. Warte mal, warte mal. Hallo, geh zu. Äh, zack. Vielleicht hätte ich lieber hier reingehen sollen. Ne, warte mal. Da war es schon. Yolo. Hier war es schon nicht. Noch ein Schlüssel. Nice. Gut, der ist Instantone. Da. Das war nicht das, was ich erreichen wollte. Ich habe gehofft, ich kriege irgendwie ein Leben oder so. Die Dinger nützen mir gar nichts. Nice. Jetzt kann ich auch hier runter. Loll. Warum hat sich das jetzt verändert? Gut, das soll mich nicht interessieren. Noch mehr Herzen? Nein, bitte. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Was habe ich mir gedacht? Hier sind aber auch keine Herzen mehr drin, also kann ich wieder zurück. Tsch, tsch, tsch. Tsch, tsch.